Hallo, willkommen bei Conny Canarias Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute nochmal eine Wiederholung der Uhrzeit. Que hora es? Wie spät ist es? Es ist fünf Uhr. Son las cinco. Es ist viertel nach vier. Son las cuatro y cuarto. Es ist halb vier. Son las tres y media. Es ist ein Uhr. Es la una. Es la una. Es ist fünf nach sieben. Es ist fünf nach sieben. Son las siete y cinco. Son las siete y cinco. Es ist viertel vor acht. Es ist viertel vor acht. Son las ocho menos cuarto. Son las ocho menos cuarto. Es ist zehn nach zwölf. Es ist zehn nach zwölf. Son las doce y diez. Son las doce y diez. Es ist halb zwei. Es ist halb zwei. Es la una y media. Es la una y media. Es ist zehn vor acht. Es ist zehn vor acht. Son las ocho menos diez. Son las ocho menos diez. Un wieviel Uhr? Um wieviel Uhr? A qué hora? A qué hora? So, das reicht. Muchas gracias. Hasta mañana. Sous-titrage Société Radio-Canada